Hey Elsa, was haben wir denn heute in Presseschlau? Oh, wir haben heute eine ganz alte Bravo. Aber also nicht alt, alt, sondern so richtig alt. Richtig, richtig alt. Oh, okay. Und was haben wir noch? Oh, wir haben ja noch das Heft, aus dem wir sind. Mein Bauernhof heißt das. Oh, okay. Und warum liegt da drüben eine Waffe? Ja, das ist wegen dem DWJ, dem Deutschen Waffenjournal. Oh, das ist aber eine komische Zusammenstellung. Ja, finde ich auch. Der Gullini hat echt eine Macke. Auf massen Geschmack.